Barocke Kellergewölbe und italienische Designermöbel. Der Club im Palikinski präsentiert sich nach erfolgreichen Umbauten in ganz neuem Glanz. Wir freuen uns auf einen stylischen Abend. Los geht's! Was hat denn dieser Club, was andere Clubs nicht haben? Das ist etwas Andere. Was ist das Etwas Andere? Wir brauchen Abwechslung und ich glaube, wie es hier geht, es sind hier auch vier verschiedene Musikgerichtungen, eigentlich einen genialen Veranstaltungen, der auch eine gewisse Bewusstlichkeit hat und das macht's aus. Junges Publikum, viel Spaß, alles was es in Wien sonst nicht gibt. Dass so hier multikulti alles zusammenkommt, dass wir heute Abend hier gut einen feiern können und vor allen Dingen, dass du immer akzeptierst, wenn du in Wien bist, gehörst du immer dazu. Ich bin heute seit zehn Jahren das erste Mal wieder in Wien und du fühlst dich so, als wärst du ein Jahr weg. Das gefällt mir. Was rätst du denn jungen Leuten, die eine Karriere als DJ anstreben? Gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks, was du weitergeben kannst? Also das, was ich weitergeben kann, ist aus eigener Erfahrung entweder oder, sag ich mal. Entweder Fulltime-DJ oder nur für Partys oder Hobbymäßig, würde ich echt sagen. Weil das ist, wenn man es wirklich gescheit betreiben möchte, ist es sehr zeitintensiv. Es macht verdammt viel Spaß. Es gibt nichts Schöneres für einen DJ als geile Nummern zu spielen, eine Crowd vor sich zu haben, die tanzt. Es ist ein geiles Gefühl. Und wenn man das Nachtleben mag, so wie ich, dann ist das eine coole Sache. Es ist ein geiles Gefühl. Ein wirklich gelungener Abend in der Wiener Innenstadt, hier im Palikinski. Beste Stimmung und tolle DJs in einer aufregenden Location. Tschüss, bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss, bis zum nächsten Mal.